Hallo. Dies ist ein Koop-Markt, in dem wir in Norwegen einkaufen gegangen sind. Und wir haben uns gewundert, was dieses kleine Eichhörnchen dort zu schaffen hat. Das ist ein Koop-Markt. Das ist ein Koop-Markt. Vermutlich ist es am Ende weggelaufen, weil es gehört hat, dass Leute aus dem Laden herausgekommen sind. Und ich bin gucken gegangen, was es dort eigentlich zu suchen hatte. Und dort standen Tüten mit Vogelfutter. Zur Belohnung für den schönen Film haben wir ihm noch ein paar Pinienkerne gegeben.